jawohl guten morgen die temperatur beträgt wieder 15 grad celsius ist leider so und wir sind wieder im lappwald bei den lappen bei den elben natürlich ja genau also wir stehen da ja wir machen uns erst mal auf dem weg ja genau und zwar richtig was ist los mit dir mein schild aha kommst du mit uns in den elm aha weißt du etwa nicht den weg aha komm ich zeig dir wo es lang geht aha da 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 so meine lieben leute wir sind jetzt nach unserer 28 stunden tour wieder zurück wie lang war das jetzt noch mal sechseinhalb stunden super war gut von schöning bis nach königsluther kreuz und quer durch den elm über tetzestein und das restaurant im reitlingsteil also nur zu empfehlen wir haben lecker kuchen roundabout 24 23 kilometer jetzt und ja das war's also zum nachmachen empfohlen es war auch nicht zu anstrengend nimmt genug zeit mit und jetzt geht es erstmal an die grillerei jetzt können wir uns was so so du musst Du musst das Ding querlegen und ich schufe wieder auf den Krasch. Okay nochmal von vorne. Also wir haben wieder die beste Laune, die beste Laune! Hör auf! Das war gut! Waaahhhhhh! Waaahhhhhh! Waaahhhhhhh! Waaahhhhhhhhhh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020